Mein Name ist Cosme Mühlbrot, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Hannover. Mein Name ist Cosme Mühlbrot, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Hannover. Wechseln, 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 viermal lang, ganz schnell, drei, zwei, eins, und seitlich. Ich bracke Wenn ihr dann bei 0, 1, 2, 1 questionft, jetzt, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, und ansatz stay. Schwingen, zwei Schatten nach links, schwirbeln, schwirbeln, eins, zwei, schwirbeln, schwirbeln, eins, zwei. Jetzt kommt der Pupia. Pupia steht gerade, wer der schnell ist, andere geht hier wieder und die Fall geht hoch. Und der Pupia, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp, zwei, stopp, drei, stopp und fest. Ich bin zertifizierte Zumba- und Bodyjam-Instruktorin in diversen Fitnessstudios. Aufgrund meiner vielfältigen Grundkenntnisse im Bereich Tanz, sehe ich Zumba als einer der besten Arten, um verschiedene Tanzrichtungen zu vereinen. Seit dem Jahr 2013 habe ich mein erstes Zumba-Zertifikat. Danach gehen wir es weiter mit Bodyjam, unter anderem, wo ich mein Zertifikat erlangt habe, und Zumba und Reggae Dance. Weiterhin bin ich auch sehr daran, dass ich ehrgeizig bleibe und mir auch weiterhin andere Stile, andere Tanzarten aneigne. Und somit habe ich auch entschlossen, dass mein erster Kurs, den ich im Fitnessstudio besucht habe, ein Tanzkurs war. Der hieß Zumba. Und im Zumba habe ich gemerkt, dass der Tanz und einfach die Art, diese Freude, diese Ausstrahlung, die diese Trainerin dann auch hatte zu dieser Zeit, dass mich das einfach fasziniert hatte. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, dass ich eventuell in der Richtung weitergehen möchte, vielleicht auch beruflich. Und als ich dann wirklich so weit war, wo ich beruflich wieder aktiv geworden bin, wo meine Kleine in den Kindergarten gekommen ist, habe ich gesagt, du wagst es jetzt einfach und schließ dich dem an. Und somit folgte auch, wie gesagt, das Zertifikat, was ich 2013 gemacht habe im Zumba. Und es hat super angefangen in den Fitnessstudios, es wurde bei mir super angenommen. Und dann folgten, wie gesagt, weitere Tanzkurse. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein bin ich sehr stolz drauf und auch sehr darauf bedacht, dass ich das wirklich getan habe, dass ich meinen Traum gegangen bin. Und im Endeffekt, jetzt wo ich hier stehe, muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, so wie ich es getan habe. Und ich muss hier stehe, muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, so wie ich es getan habe. Und ich muss hier stehe, muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, so wie ich es getan habe. Und ich muss hier stehe, muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, so wie ich es getan habe. Und ich muss hier stehe, muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, so wie ich es getan habe. Und ich muss hier stehe, muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, so wie ich es getan habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja!